Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 26. August. Der mutmaßliche Attentäter von Solingen befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Haftbefehl sei erlassen worden, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte. Er hatte sich am späten Samstagabend nach 24-stündiger Flucht gestellt, angeblich mit den Worten, ich bin der, der in ihr sucht. Die Polizei hatte zuvor die Tatwaffe ein noch blutverschmiertes Messer unweit des Tatortes in einem Mülleimer gefunden, gehüllt in einen Rucksack oder eine Jacke, was dann wiederum den Suchhunden Material gab. Beim dringend Tatverdächtigen handelt es sich um den 26-jährigen Syrer Issa Al-Hassan, der 1998 in Ostsyrien geboren wurde, 2022 nach Deutschland gekommen war und damals einen Asylantrag stellte. Er erhielt subsidiären Schutz, also eine Art Gnadentitel, weil in Syrien damals angeblich noch Bürgerkrieg herrschte. Er sollte Anfang 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden. Al-Hassan entzog sich und tauchte für Monate unter. Die Abschiebung sei damit hinfällig geworden, hieß es. Danach wurde der Syrer nach Solingen umverteilt. Er wohnte dort in einem Flüchtlingsheim in der Innenstadt, das er nach der Tat aber nicht aufsuchte. Der Vize-Chef der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Gregor Golland, fragte, warum der Mann nach seinem Wiederauftauchen nicht umgehend in Abschiebehaft genommen und nach Bulgarien zurückgebracht wurde. In Nordrhein-Westfalen ist die CDU für Abschiebungen zuständig. Wie ein Kriminologe in einer Sendung der ARD ausführte, habe Deutschland in Sachen Messerangriffen kein Problem mit bestimmten Staatsangehörigkeiten, sondern mit jungen Männern, die mit Messern ihre Männlichkeit unterstreichen würden. Offenbar aber auch vor allem damit, so kommentiert Matthias Nicolaides bei Tischis Einblick, in dem sie à la Ouagba rufend Christen auf deutschen Volksfesten dahin metzelten. Es wären also laut Tagesschau nicht bestimmte Milieus, die solche extremen Gewalttaten hervorbringen, sondern es wäre das Geschlecht, wie der Kriminologe Dirk Bayer erläuterte. Justizminister Buschmann, FDP, will in der Bundesregierung den Kampf gegen diese Art der Messerkriminalität weiter voranbringen. Das klinge, so Matthias Nicolaides, als sei hier schon viel geschehen, Aber außer einigen Waffenverbotszonen gäbe es nichts. Und die blieben auch meist ohne größeren Konsequenzen. Die Polizei sei sich nicht mal einig, ob sie in solchen Zonen überhaupt ohne weiteren Anlass kontrollieren dürfe. Der derzeitige Klimaminister Habeck forderte nach dem Messerangriff von Solingen strengere Waffengesetze. In § 42 Waffengesetz steht, dass Messer auf solchen Veranstaltungen bereits verboten sind. Ebenso sind Körperverletzung und Mord verboten. Hieb- und Stichwaffen brauche niemand in Deutschland in der Öffentlichkeit, so argumentiert Habeck weiter. Wir lebten nicht mehr im Mittelalter. Vielleicht ja bald wieder, wenn die Grünen, Roten, Schwarzen und Gelben mit den Menschenimporten aus aller Welt so weitermachen. Mit »Es reicht« hat CDU-Parteichef Friedrich Merz einen Brief überschrieben, der auf der Webseite der Partei veröffentlicht wurde. Darin fordert er einen Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen. Nach dem Terrorakt von Solingen dürfte nun endgültig klar sein, so führte Merz weiter aus, nicht die Messer seien das Problem, sondern die Personen, die damit herumlaufen. In der Mehrzahl der Fälle seien dies Flüchtlinge, in der Mehrzahl der Taten stehen islamistische Motive dahinter, so Merz. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, forderte in einem Brief an, die Bundestagspräsidentin eine Sondersitzung des Innenausschusses bis spätestens Mittwoch, auf dem Innenministerin Faeser berichten solle. Die AfD Solingen schreibt in einer Pressemitteilung vom Wochenende, jeder kenne das Problem, doch die wenigsten nennen es bei dem Namen »Migration«. Das geschehende Verbrechen sei keine gottgegebene Tragödie oder Naturkatastrophe, sondern das Ergebnis einer verfehlten Politik, die schädlich, ja tödlich sei. Man könne sich immer seltener noch frei bewegen, ohne dass man Angst haben müsse. Diese Angst habe sich in Solingen nun zum Terror verdichtet. Die Antwort müsse in einer Umkehr bei der Migrationspolitik bestehen, vor allem in verstärkten Abschiebungen. Aus dem Niedergang der inneren Sicherheit könne es nur eine vernünftige Konsequenz geben, so AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel, eine grundlegende Migrationswende, und zwar sofort. Die Abschiebung von Migranten ohne rechtemäßigen Aufenthalt fordert auch Hans-Georg Maaßen für die Werteunion. In einer Pressemitteilung kritisierte Maaßen den nordrhein-westfälischen Innenminister Reul mit deutlichen Worten, Zitat, und nicht das Verteilen von Bürgergeld, Wohlfeilensprüchen und Kondolenzschreiben, so Maaßen. Ein 33 Jahre alter Algerier ohne Aufenthaltsstatus soll den Terroranschlag in La Grande Mote in Südfrankreich verübt haben, wie ein französischer Fernsehsender mitteilte. Innenminister Damaner sagte, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Laut französischen Medien sei der Verdächtige von der Polizei angeschossen und verletzt worden, nachdem er das Feuer auf die Beamten eröffnet hatte, als sie ihn in der Nähe von Nîmes festnehmen wollten. Der mutmaßliche Täter habe eine Waffe und eine palästinensische Flagge bei sich gehabt. Die Staatsanwaltschaft für nationale Terrorismusbekämpfung sagte, der Angriff werde als versuchter Mord im Zusammenhang mit einer Terroristengruppe und als Zerstörung von Eigentum mit gefährlichen Mitteln untersucht. Bei dem Anschlag wurden zwei Autos vor einer Synagoge im Badeort La Grande Mote in der Nähe von Montpellier in Brand gesteckt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. An zwei Eingängen der Synagoge entdeckten Feuerwehrleute weitere Brände. Ein Polizist wurde verletzt, als ein Propangastank in einem der Fahrzeuge explodierte. Fünf Personen, darunter der Rabbiner, die zum Zeitpunkt des Angriffs in der Synagoge waren, blieben unverletzt. Präsident Macron nannte den Angriff auf der Plattform X einen terroristischen Akt und betonte, der Kampf gegen Antisemitismus sei ein ständiger Kampf. Der amtierende Premierminister Attal, der nach dem Anschlag an den Tatort geflogen war, sagte, die Synagoge sei Ziel einer schockierenden und entsetzlichen Gewalttat gewesen. Wieder einmal seien französische Juden wegen ihres Glaubens ins Visier genommen und angegriffen worden. Der Täter sei sehr entschlossen gewesen. Wäre die Synagoge gefüllt gewesen, hätte es vermutlich Tote gegeben. Attal verwies auf die steigende Zahl antisemitischer Übergriffe in Frankreich. Zuvor hatte Innenminister Damanen eine Verstärkung der Polizei angeordnet, um jüdische Gotteshäuser zu schützen und eine eindeutige kriminelle Handlung zu verfolgen. Der Kreml hat Frankreich eine Doppelmoral vorgeworfen, nachdem am Samstagabend in Paris der russische Gründer des Social-Media-Dienstes Telegram verhaftet wurde. Pavel Durov wollte am Samstagabend aus Aserbaidschan einreisen und am Flughafen in Le Bourget bei Paris landen, als er festgenommen wurde. Ein offizieller Grund wurde bisher nicht angegeben. Französische Medien berichteten, es hänge damit zusammen, dass sich Durov weigere, Nutzer zu zensieren. Pavel Durov hatte vor zehn Jahren Telegram gegründet. Der Dienst hat heute weltweit etwa eine Milliarde Nutzer und gilt nach Facebook, YouTube und WhatsApp als eine der größten Social-Media-Plattformen. Sie ist besonders einflussreich in der russischsprachigen Welt. Sie bietet ihren Benutzern weitgehende Sicherheit und Anonymität. Die Plattform sammelt außer einer Telefonnummer keine Benutzerdaten und keine Namen. Daten an Dritte werden nicht verkauft. Sehr zum Ärger von Ländern, die ihre Bürger überwachen, gängeln und zensieren wollen. Offiziell werden gerne Schutz vor Kindesmissbrauch, Drogenmissbrauch oder ähnliches vorgeschoben, wenn es darum geht, freie Rede zu zensieren. Durov habe nicht entschieden genug gegen Hassrede bekämpft, heißt es. Also Konten gesperrt und Nutzerkommentare gelöscht. Dieser neue Begriff muss jetzt mehr und mehr herhalten, wenn es um Überwachung und Verbote geht. Während der Corona-Zeit war Telegram eine wichtige Austauschplattform für Kritik aller Art an staatlicher Corona-Politik und über Informationen über Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe. Ein französischer Ermittler wird am Sonntag mit dem Satz zitiert, Schluss mit der Straflosigkeit und Telegramm. Die russische Abgeordnete Maria Butina sagte, Durov sei ein Opfer einer Hexenjagd des Westens gewesen und fügte hinzu, dass seine Verhaftung bedeute, dass die Meinungsfreiheit in Europa tot sei. Elon Musk rief auf seiner Plattform X dem früheren Twitter auf, Pavel Durov freizulassen. Gestern wurde zudem bekannt, dass der Gründer des Videoportals Rambl, Chris Pawlowski, vorzeitig aus Europa abgereist ist. Grund dafür sei die Verhaftung des Telegram-Gründers Durov in Paris, so schrieb Pawlowski auf X. Zuvor hatte Rambl nach Zensurforderungen der französischen Justiz den Zugang zur Plattform in Frankreich abgeschaltet. Frankreich hat Rambl bedroht und jetzt haben sie eine rote Linie überschritten, indem sie den CEO von Telegram, Pavel Durov, verhaftet haben, weil er angeblich keine Rede zensiert, so Pawlowski. Rambl werde sich dieses Verhalten nicht gefallen lassen und mit allen rechtlichen Mitteln für das Recht auf freie Meinungsäußerung, ein universelles Menschenrecht zu kämpfen. Das kanadische Videoportal Rambl wurde 2013 gegründet. Auch dort finden sie übrigens den TE-Wecker. Heftige Kritik aus der arabischen Welt erfuhr die Hisbollah nach ihrem jüngsten Angriff auf Israel. Die vom Iran unterstützte Terrorgruppe im Libanon will über 300 Raketen auf israelische Militärstellungen abgefeuert haben. Die israelische Armee hatte am Sonntagmorgen Präventivangriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon ausgeführt, um dadurch einen groß angelegten Angriff zu vereiteln. Rund 100 Kampfflugzeuge haben nach israelischen Angaben Stellungen der Hisbollah im Libanon gezielt angegriffen. Wie ein israelischer Militärsprecher weitersagte, hätten 300 Raketen und Drohnen israelisches Territorium erreicht, wurden aber vom israelischen Iron-Dom-Verteidigungsschirm abgefangen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sagte in einer Fernsehansprache, das Hauptziel sei eine wichtige israelische Militärgeheimdienstbasis gewesen. Die Raketen der Hisbollah richteten offenbar nur geringe Schäden an. Sie trafen einen Hühnerstall im Norden Israels. Anlass für den arabischen Journalisten Amshad Taha aus Bahrain, der für eine Normalisation zwischen den arabischen Ländern und Israel eintritt, die Hisbollah mit herbem Spott zu überziehen. Nasrallah habe sich mit den falschen Hühnern angelegt. Verurteilen wir alle die Angriffe der Hisbollah auf Israel, so Taha. Erstaunlicherweise seien nicht einmal die israelischen Hühner weggelaufen. Sie blieben standhaft und überlebten die Raketen, während sich die Hamas-Terroristen in Gaza wie Ratten verstecken. Lernen wir wenigstens etwas vom israelischen Huhn, so Amshad Taha weiter. Die Hisbollah sollte dafür bezahlen. Es sei außerdem klar, dass jetzt die Tierschutzorganisation PETA dem örtlichen Hisbollah-Vertreter einen entschiedenen Protest gegen die gezielten Angriffe auf Hühner und Küken vorlegen sollte. Heute sorgt ein Hochdruckgebiet für freundliches, trockenes Wetter. Am Nachmittag können verstärkt Quellwolken auftreten. Die Temperaturen reichen von 20 Grad im Norden bis zu 25 Grad im übrigen Land. Lediglich im Südosten bleibt es noch stärker bewölkt. Bei Temperaturen unter 20 Grad. Die klaren Nächte werden richtig kalt. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 58 Gigawatt. Davon lieferten die konventionellen Kraftwerke 12 Gigawatt, die Photovoltaikanlagen 30 Gigawatt. Von den Windrädern kamen 16 Gigawatt Leistung um 12 Uhr mittags, nachdem der Wind in der Nacht zuvor noch etwas aufrischte und für 20 Gigawatt am Samstagabend um 21 Uhr sorgte. Der Wind hatte sich gestern Abend um 21 Uhr auch fast wieder schlafen gelegt. Nur noch 9 Gigawatt kamen von den Windrädern im Land. Abends um 20 Uhr musste übrigens die erhebliche Leistung von 13 Gigawatt importiert werden, zu einem Preis von 119 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017